Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wendel und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. In dieser Folge gehen wir auch ins Geisterhaus. Was? Das ist ja cool. Ich muss echt sagen, diese Mini-Level zwischendurch sind echt geil. Ich finde das echt gut. Das ist richtig, richtig gut, finde ich das. So, äh, an sich sind wir damit dann durch und können ins Geisterhaus. Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Ja. Oh ja, geil. Ja, verstehe. Okay. Das heißt, die Blöcke sind nur teilweise unsichtbar. Oh ja. Bestesstunde! Lol Was zum Engel Alter, es gibt Türenmonster Lol Toll Was für ein Secret, ey Alles klar, ok Cool Da komme ich rein, ok Alter Das macht Spaß Das ist halt echt geil, ey Hey Hey Ist das schon der Secret Exit? Das ist doch ein Secret, oder? Das ist doch nur ein Secret, oder? Da Jetzt hören wir zum Geist, oder? Ja Oh, Königsbu Das ist ja geil Das ist geil, ey Hä Voll geil Voll geil Oh mein Gott Oh mein Gott War das gruselig? Nein Das war super geil Das war richtig gut Das war ein Secret Das war richtig geil, Alter Das war richtig geil Das war richtig, richtig geil Geil Klar Klar, jetzt nicht schwierig, oder so, aber richtig, richtig geil Und bisher auch 100% So So Dann haben wir mal hier dieses Ding Die erste der Ruinen Expedition 1 Blub 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 Ruin Blub 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 Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Das Zeug schmeckt dir richtig gut. Ich habe eine andere Seite, und ich habe nachdenken. Ich habe eine andere Seite, müssen Sie sich mit der Ecke schicken. Ich habe eine andere Seite, die ich habe. Schade. Komm hier hin. Da brauch ich das vielleicht gar nicht. Hier brauch ich das nicht. Gut. Geschafft! Nice. Oh mein Gott. Secret. Ja. 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 Oh. Ah, warte mal. Ja. Ich wusste es. Ja. 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 Das ist so funny, ne? Das ist so funny Was ob wir da einfach Schleibi waren Warum Ah ok Gut, dass wir diesen Propello haben Jetzt hätte mir meine Eine Fähigkeit wieder nichts gebracht Da bist du ja Ich kann es kaum glauben Du hast den richtigen Ausgang Gleich bei deinem ersten Besuch gefunden Selbst ich verlaufe mich noch meist Du hast den Weg also gefunden Dann treffen wir uns bei der nächsten Ruine wieder Oh, das stimmt ja Als ich neulich in der Mieting gearbeitet habe Bin ich auf diesen Waterpills gestoßen Bitte nehm ihn doch Das ist doch schön Bitte was? Geil Machen wir aber später Experience 2 Wackelruinen Ich bin sehr gespannt Die Wackelruinen Oh, das sind Babys Babysteinsch Bubble Dinger Das hat man auch schon bei dem Trailer gesehen Ah ja Natürlich Ja, ok Ok Oh Gott Ich habe mich zu Gespeedet Gejumped Schade Gute Ich habe das eben überhaupt nicht gesehen Das ist halt so geil Das ist so geil Sich kurz nochmal vor dem Tod Quasi zu retten Ohne ein Ja Ohne dieses Passive Abzeichen Ja Komm schon mal mit Ok Ok Secret Ja klar war das So klar Dass hier ein Secret ist Ich weiß Ich weiß nicht warum Der mich immer trifft Dem Eid wird schlecht Und der hat Spaß Das war es schon Gut Ich weiß Ich habe sie getötet. Ja, ich verstehe. Er hat nur eine Chance dazu. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht spott er ja wieder. Ja, sehr gut. Ah, hier ist die Blume. Oh, man muss schnell sein, glaube ich. Das ist eine Chance dazu. Okay, das war funny. Yeah, nice. Cool. Cooles Level. Magisch. Und diese Materie da oben ist so geil, ne? Thank you. Ja, ja. Röhre? Ah, hier geht's weiter. Hey. Da bist du ja. No, du hast echt den Ausgang gleich beim ersten Besuch entdeckt. Das hat sich schon auf mich so oft. Du hast also den Weg gefunden. Gut, die letzten Röhre liegen direkt voraus. Ich halte mir noch was ein. One-Up-Pills. Okay, let's go. Danke. Ja, ich will eigentlich den Rankenschuss in der nächsten Folge erst machen. Aber komm. Probieren wir mal. Den Rankenschuss. Alter. Und das ist das letzte normale Abzeichen, ne? In der Luft R und eine Ranke zu schießen, Alter. Ach, in der Luft. Aha, okay. Ja. 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 Kann ich noch endlich da dranhängen? Nein. Ja, verstehe. Ja, easy. Cool. Aber nach oben hin geht nicht, ne? Ja. Das ist echt geil. Spider-Man Luigi, ja. Das ist ja auch geile Fähigkeit, ne? Oh, damit kann man sich das nicht machen. Kann man sich an die Rankenkrone, an die Fahnenstange oben hinhängen? Wow. Das ist natürlich auch geil, ne? Das ist auch ein geiles Abzeichen. Toll gemacht. Ja, wir probieren es mal. Auch in die Röhre. Uh, jetzt geht's ganz weit nach unten. Eine Arena. Ja, komm. Probieren wir die noch. Äh, da werde ich aber nicht mit dem Ding arbeiten, ne? Da werde ich doch safe mit dem Ding hier arbeiten. Das ist doch viel geiler. Oder? Doch. Doch. Boah. Was darf es sein? So wie ich gerade bin. Blase und Bohrer. Sehr gut. Ich hab's doch schon direkt mein Ding verbraucht, aber... Was sollt. Was sollt. Was sollt. Das ist mies, weil die brauchen echt viel Zeit. Und natürlich habe ich alle einzeln verbraten. Wir haben noch 40 Sekunden wahrscheinlich. Okay. 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 Und tschüss. Okay. 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 Okay.